Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Glauben Sie das? Also ich habe es nicht geglaubt. Beim Fernsehen ist mir irgendwann in den 90ern aber zufällig diese Dokumentation über den Schweizer Nationalheiligen Nikolaus von Flühe untergekommen. Der soll sich die letzten 20 Jahre seines Lebens nur von göttlichem Licht ernährt haben. Damals hätte ich nie gedacht, dass ich über dieses Phänomen einen Film machen würde, der mich viele Jahre beschäftigen und rund um den Globus führen würde. Aber das ist die folgende Geschichte. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Der Nikolaus von Flühe hat bis zu seinem Lebensende nicht gegessen und getrunken. Das waren 20 Jahre oder annähernd 20 Jahre. Und das ist bezeugt, aber es ist natürlich nicht erklärbar. Das ist es. Ehrlich gesagt habe ich Nikolaus von Flühe nach der anfangs erwähnten Dokumentation wieder vergessen gehabt und auch der Mythos der Nahrungslosigkeit ist mir nicht mehr in den Sinn gekommen, bis ich Dieter kennengelernt habe. Ich ernähre mich von keinem festen Nahrungsmittel, sondern trinke nur. Aber beim Trinken tue ich mir auch mal Geschmacksstoff rein. Ein bisschen ein paar Tropfen Tamari ins Wasser, dass es noch was schmeckt. Oder Ginger und so weiter. Aber ich ernähre mich nur von Flüssigkeit. Aber man kann ihm nicht sagen, dass du Kalorien zu dir nimmst. Nein, nein, das kann ich mir nicht. Nein, ich nehme irrsinnig viel Kalorien zu mir, aber von einer anderen eben nicht. Seit wann genau machst du jetzt Lichternährung? Seit 1998. Seit 1998. Ich habe das Buchshaus schon lange stehen gehabt. Das habe ich mir einfach als Interesse gekauft, weil ich lesen habe, Lichternährung. Das war für mich kein unlogischer Schluss, denn für mich sind Menschen Lichtwesen. Oft hat mich einer gefragt, stehst du dann in der Sonne oder was machst du? Ich habe gesagt, mit dem Licht hat das nichts zu tun. So ein Licht wird dort als eine der höchsten Frequenzen bezeichnet. Im August 1998 habe ich dann den 21-Tage-Lichternährungsprozess durchgeführt, wobei die ersten sieben Tage das schwierigere Kriterium sind, weil man da weder was essen noch einen Tropfen Flüssigkeit zu sich nehmen darf. Nach der ersten Woche beginnt man dann mit klarem Wasser und nach den 21 Tagen, als der Prozess vorbei war, war auch kein Bedürfnis zu essen mehr vorhanden. Und dann ist es langsam weitergegangen, bis bei 50 Tagen, wo ich mir gesagt habe, jetzt kenne ich niemanden mehr, der 50 Tage gefastet hätte oder so weiter. Und dann war ich schon überzeugt, dass es einfach funktioniert. Das Vertrauen wächst, für mich war es ja ein Vertrauensprozess. Ich habe jetzt noch dazu das Vertrauen, wenn ich alles verliere, ich brauche nicht einmal was zum Essen. Und wenn es einmal so weit ist, dass ich mir sage, ich möchte was anderes machen, dann mache ich es anders. Dann höre ich auf damit, ich brauche es mir jetzt nicht mehr beweisen. Ich würde mir auch nie für ein medizinisches Ding zur Verfügung stellen, weil das würde mein Gefühl zu der ganzheitlichen Ebene einfach beleidigen. Weil, wenn ich mir die Ärzte anschaue, ist ja keiner bereit, nicht einmal noch nachzudenken über dieses Thema ernstlich. Irgendwoher muss ich die Energie für meine Lebensvorgänge nehmen. Wenn ich keine zuführe, frage ich mich bitte, wo nimmt er seine Energie her für das Herz, für die Leber, für die Atmung. Wenn jetzt jemand sagt, ich esse nichts seit Jahren und lebe noch, dann würde man primär daran zweifeln, dass diese Aussage richtig ist. Begriffe wie Lichtnahrung verstehe ich überhaupt nicht, weil wir keine Pflanzen sind, sondern eben Menschen und darauf angewiesen sind, dass wir Energie zugeführt bekommen in einer Form, die wir auch verarbeiten können. Wenn es das wirklich dieses Phänomen geben würde, dann dürfte keiner mehr verhungern. Und wir haben viele Gebiete auf dieser Welt, wo Hunger vorherrscht und wo noch sehr viele Menschen sterben aus Hunger. Warum denn da? Es gibt keine einzige nachweisbare Studie, die zeigt, dass man also über zwei Monate hinaus Energiereserben anlegen kann. Das heißt, diese Behauptungen würde ich für reine Behauptungen halten. Mir persönlich fehlt halt wie immer als Wissenschaftler der wissenschaftliche Beweis. Und das macht natürlich misstrauisch. Sechs Jahre ohne Essen. Die 42-jährige Australierin Jasmer Heen behauptet, seit 1993 keine Nahrung mehr zu sich genommen zu haben. Sie lebt von Licht, Luft und Liebe. Herzlich Willkommen, Frau Jasmer Heen. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Sie sind eine Botschafterin dieser Lehre, die Sie selbst leben. Was ist das Geheimnis hinter Ihrem Leben? Das ist kein Wunder. Das ist das Ergebnis einer höheren Macht. Wir beziehen eine alternative Nahrung, die wir Prana nennen. Primarius Dr. Walter Eben von der Neuen Wiener Privatklinik, ein Internist. Wir reden von sechs Jahren. Das ist unmöglich. Ist das aufgelegter Schwindel? Ja. Das ist ein Wunder. Widersprüche, Widersprüche und noch mehr Widersprüche. Das ist das Ergebnis meiner Lichtnahrungsrecherche im Internet, die mich definitiv nicht schlauer macht. In einem der Foren zum Thema lerne ich dann aber Axel kennen. Er will den Lichtnahrungsprozess selbst ausprobieren und erklärt sich bereit, die 21 Tage mit einem Videotagebuch zu dokumentieren. Ich weiß nicht genau, was da auf mich zukommt. Ich habe vor, auf jeden Fall jeden Tag etwas aufzunehmen. Für mich ist festgestanden im Herbst, dass ich den Prozess oder die Umstellung machen werde. Das ist nur eine Folge der Zeit. Die Australierin Jasmoin schlagte einen dreiwöchigen Prozess vor. Erste Woche wieder essen, noch trinken. Und die anderen beiden Wochen dann mit trinken. Danach nicht mehr essen, mal sehen. Das schaue ich, wenn es dann soweit ist. Ja, jetzt möchte ich meinen letzten Schluck Wasser für eine ganze Woche trinken. Hier drinnen. Prost. Heute ist der 27. März. Es ist 19 Uhr. Der erste Tag des Lichtnahrungsprozesses. Es geht mir sehr gut. Es ist der dritte Tag. Es ist ca. 16 Uhr. Ich war gestern viel zu müde, noch zu filmen. Ich war komplett K.O. Und habe auch 40 Stunden geschlafen bis heute in der Früh. Heute ist auch der Kreislauf etwas schwach, etwas langsam. Heute ist der 30. März. Es ist der vierte Tag des Lichtnahrungsprozesses. Es ist 12 Uhr mittags. Ich habe das Gefühl, immer schwächer zu werden. Und das so seit gestern, seit mehr als 12, 24 Stunden. Und deswegen werde ich den Prozess etwas ändern. Das heißt, ich werde jetzt dann wieder meinen ersten Schluck Wasser trinken. Es macht für mich Sinn. Weil erstens, es macht keinen Spaß mehr, das Ganze. Jetzt wird es mühsam und anstrengend. Das ist über kurze Zeit okay, aber über längere Zeit nicht mehr. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, weil ich einfach nicht mehr so recht verkräften kann. Und das ist er. Das ist der erste Schluck. Es ist eine Wohltat. Das ist keine Lichtnahrung. Als Arzt muss ich einfach sagen, sieben Tage nichts trinken, das kann ich nicht empfehlen. Ich denke mal, es wäre gut für ganz viele Menschen, wenn sie einfach erfahren würden, was Fasten für sie leisten kann. Dazu sollten sie viel trinken. Und dann sind die Nieren gut durchspült und ist es gesundheitlich in der Regel ohne Risiko. Wenn man dann mal aus spirituellen Gründen, religiösen Gründen länger fastet, wird man eh in so einen Bereich kommen, wo man merkt, noch drei, vier Wochen, hoppala, ich nehme gar nicht mehr richtig ab. Und ich lebe sehr gut. Ich habe eher bessere Zugänge zu der Natur, zu der Naturreichen. Und dann geht es ja sowieso in diese Richtung. Ich würde nicht propagieren wollen, jetzt also gleich mit so einem Nichtnahrungsprozess und sieben Tage nichts trinken. Wenn ein Mensch jetzt zum Beispiel auch sehr schlecht gegessen hat, sehr vergiftet ist, schon Krankheiten mitbringt, dann ist ja schon Fasten oft einmal schwierig und braucht eine ärztliche Betreuung dabei. Das jetzt mit Nichttrinken zu verbinden, das halte ich für ganz, ganz gefährlich, würde ich wirklich dringend dafür warnen. Wahnsinns-Diät. Heide Mayer hatte einen Hang zur Esoterik und wollte nur von Luft, Licht und Liebe leben. Nach acht Tagen starb sie. Ein Tod, der viele Fragen aufgeworfen hat, weil er im Zuge einer sehr extremen Fastenkur aufgetreten ist. Frau Doktor, was kann passieren, wenn man sieben Tage nichts isst und vor allen Dingen sieben Tage nichts trinkt? Das größere Problem ist eben das Nichttrinken. Unser Körper besteht zu einem großen Prozentsatz aus Wasser. Das heißt vor allem ein Flüssigkeitsmangel über eigentlich mehr als drei bis vier Tage führt in der Regel zum Tod des Menschen. Deswegen ist eigentlich der Flüssigkeitsdefizit das größere Problem. Neben dem Todesfall in Österreich machen international noch drei weitere Unfälle im Zusammenhang mit dem Lichtnahrungsprozess Schlagzeilen. In Deutschland fällt der Kindergärtner Timo Degen am achten Tag ins Koma, nachdem er sieben Tage nichts getrunken hat. Er stirbt einige Wochen später im Pflegeheim. In Australien erleidet die 53-jährige Lyon Morris während dem Prozess einen Schlaganfall. Die meisten Schlagzeilen macht aber der Fall der 48-jährigen Verity Lynn, die während ihres Lichtnahrungsprozesses in der Einsamkeit der schottischen Highlands zu Tode kommt. I remember when Verity Lynn died in Scotland. She died from exposure to the elements and dehydration. Now in my book we say when you start the 21-day process, don't go outside, don't move. Stay inside, conserve your energy. She chose not to do that. They found my book with her, no evidence of food or liquid, and so they just said, well, Jasmaheen killed this woman. The media in England and Scotland and Australia at the time was, you know, breatharian guru, Jasmaheen, blonde, bimbo, murderous people. I've spoken to over 900 million people through media over the last decade, so the reality of this is planted in the field. I agree. Most people I've spoken to about this through the media have said, crazy woman, not possible, but at least they've talked about it. At least it's put the idea that maybe, maybe, maybe it's possible in the field. So as we accept something as being possible, the doors to this open more and more. So therefore when I went through this initiation in 93, I was able as a consequence to attract enough cosmic particles to really be able to nourish my body. In a completely different way. And similarly, after learning to live on light, I started to learn that if I wanted to satisfy flavor and the odd feeling I wanted for flavor and taste, which I still wanted. And I took a piece of chocolate, which I liked, but people would go, oh, how could you do that? That have prana and chocolate, because I'm finding in this path that once you've proven to you that prana can nourish you, give you all your vitamins, minerals, everything you need. Once you've given yourself that freedom by living it, there's nothing else to prove to anyone else. It just worked for me. You know, I could say, and actually I made the mistake early on, I guess you could say, if things are seen as mistakes. I just assumed that if I could do the 21-day-process and it gave me this gift of living on prana, that that would happen for everybody. But I realized that's not true. Im Internet finde ich dann viele Geschichten von Menschen, die den Lichtnahrungsprozess erfolgreich absolviert haben. Es sollen mehrere tausend allein im deutschsprachigen Raum sein. Aber wie geht es ihnen und vor allem, essen sie noch? Antworten bekomme ich in Berlin. Ich bin Tanu, ich bin Paulin. Seit schon fünf Jahren beschäftige ich mich mit diesem Thema Lichtnahrung. Vor ein paar Jahren habe ich dreimal diesen Lichtnahrungsprozess durchgezogen. Das habe ich zweimal geschafft, drei Monate von Prana-Leben. Es gibt natürlich so einen gewissen Reiz, so eine Faszination mit dieser Idee, frei zu sein von jeglicher Ernährung über stoffliche materielle Substanzen. Ich habe da noch so diese wissenschaftliche Seite, das zoologische Denken. Das hat gesagt, nee, das kann doch nicht sein, Lichtnahrung, man nimmt von Licht, das ist doch Kappes, das geht nicht. Und dann habe ich aber noch diese nette, abenteuerliche Eigenschaft, die sagt, mach doch einfach mal und guck, ob was daraus wird. Könnte ja lustig werden. Ich habe auch bemerkt, wie stark dieser Gedanke, nach drei Tagen wirst du sterben, vier Tage ohne Essen und Trinken, da ist man tot. Wie stark das in mir gelebt hat. Und gleichzeitig dieses Gefühl zu haben, hab Vertrauen. Du bist voll in guten Händen. Ich habe das in einer Gruppe gemacht, mit neun Leuten zusammen. Und da hat auch am vierten Tag mein Gewicht aufgehört, runterzugehen. Ich habe das Gewicht dann stabil gehalten, ich habe dann so unter 50 Kilo gehoben. Und ich habe richtig gemerkt, jetzt bin ich genährt. Also das war wie so ein Aha-Erlebnis. Ja, vielleicht von außen sah es sicherlich so aus, dass ich sehr schwach war in diesen ersten sieben Tagen. Aber mit dem ersten Schluck Wasser war es wirklich wie nach der Dürre. Ach, diesen ersten Schluck Wasser, das werde ich meinen Liebtag nicht vergessen. Aber alle wollten wir über ein halbes Jahr nichts essen danach. Und dann nach den drei Wochen ist die Gruppe dann also da auseinandergegangen. Bin dann nach Bayern zu meiner Mutter gefahren und habe dann am nächsten Tag wieder angefangen zu essen. Zwar vorsichtig, aber alles Mögliche ausprobiert. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen. Oh Gott, jetzt haben wir alle verabredet, dass wir nichts mehr essen. Und dann habe ich die anderen angerufen, die haben auch alle gegessen. Und wir hatten alle das gleiche, schlechte Gewissen. Ich habe direkt wieder angefangen zu essen. Das war mein Fehler, dass ich sofort, auch noch sogar am Sonntag, das war noch gar nicht richtig abgeschlossen, Sonntagabend habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, ach, iss mal einen Toast. Dann habe ich den gegessen, habe gesagt, okay, iss mal einen Toast mit Käse. Und ich habe gesagt, ja gut, machst du so weiter, iss halt einen Toast mit Käse und Schinken. Und das Ganze noch in die Mikrowelle rein. Ja, das war schon quasi sozusagen der Rückfall wieder in die Normalität. Also mein Stand der Dinge lässt sich ziemlich einfach beschreiben. So einfach geht das. Ich esse derzeit. Also ich habe den Prozess auch gemacht und habe für mich festgestellt, dass das, was es mir gebracht hat, diesen Prozess gemacht zu haben, ist, dass ich danach konzeptfrei essen konnte. Und zwar nur nach Impuls und nach Wohlfühlgefühl. Das Essen auch so konzeptfreier. Und das, und das, das, genau. Dieser Gedanke, ich muss essen, um zu überleben, den gibt es einfach für mich nicht mehr. In Berlin höre ich dann auch von einem Mann, der nach dem Prozess nicht wieder zum Essen zurückgekehrt ist. Und die Spur führt nach Österreich. In Saalfilden sind auch etliche Menschen schon durch den Brennerprozess durchgelaufen. Wobei auch da so ist, dass die meisten Menschen wieder feststofflich die Nahrung zu sich nehmen, was ich heute weiß. Was war die Frage? Ich habe mir beschlossen, diesen 21-Tage-Prozess für meine Freiheit zu durchlaufen. Und ich habe dann ganz klar, das hat mich in der Weltkörper sehr beruhigt, dass ich ihm gesagt kann, in dem Moment, wo wir hungernd oder wo wir sonst einen Genust, werden wir das sofort stillen. Ja, da werden wir sofort was essen. Und es ist aber seit sieben Jahren durch die Umstellung der ganzen veränderten Energieaufnahme kein Hunger aufgetaucht. Ich brauche nicht am 12. Mittag heimgehen, jetzt muss ich essen. Ich komme am 12. Mittag nach Wien spazieren. Ich kann machen, was ich will. Das ist der Hauptfokus, Freiheit. Ich brauche auch nicht 300 Euro für Ernährung im Monat. Für 300 Euro muss man etliche Stunden arbeiten. Das ist der nächste Faktum Freiheit. Ich brauche also auch nicht arbeiten für die Nahrung. Ich spaziere auch schon wieder, um die Zeit spaziere ich auch schon wieder am Berg an, wo andere noch Mittagsschlaf machen. Da bin ich schon wieder raus durch und erlebe lustige Sachen. Menschen haben die Vorstellung, dass sie eben grobstofflich, dass sie was angreifen müssen, dass es funktioniert. Da gibt es derart viele Phänomene, die nicht sichtbar sind und die muss er trotzdem glauben, aber er kann es nicht erklären. Der Mensch fürchtet sich vor allem, was nicht erklärbar ist. Eine Pflanze, wenn sie wächst, macht sie einmal Fotosynthese. Die macht auch eine Verstoffwechselung von Licht. Und du isst dann dieses verstoffwechselnden Licht und musst es wieder zerlegen. Das heißt, wenn du eine Kartoffel isst, hast du eine Verstoffwechselung des Lichts. Vor diesen Kartoffeln. Und den Stuhl, das Grobe scheierst du wieder aus. Du holst nur das Licht. Du machst auch Fotosynthese im Morgen. Wie ist das bei dir dann? Wie hol mir das dir echt das Licht? Ich brauch einfach keinen Stuhl mehr. Es fällt der Stuhl weg, okay? Das ist alles. Wenn ich in der Stadt bin, dann verdichten sich die festen Formen von Brana wieder mehr. Das hab ich auch schon ganz klar festgestellt. Und wenn ich vier Tage in Wien bin, dann ist es am Schluss ganz fein, wenn man am Abend einen Liter Soilmilch hat. Wenn ich sehr viel in der Natur bin, dann löst sich diese Dichtheit des Branas immer mehr auf. Und ich kann eigentlich von Luft und Wasser total füllig leben. Für mich ist es ein interessantes Phänomen. Aber letztendlich möchte ich diese Phänomene einmal stationär sehen. Die sich wirklich unter die Lupe der Wissenschaft begehen. Dass man wirklich schaut, was die zu sich führen. Dass man wirklich auch die Parameter als misst. Ich wurde permanent überwacht, per Videokamera, 24 Stunden am Tag. Zehn Tage Experiment. Einen Haufen Daten wurden da erfasst, jeden Tag. Es ist mir großes Anliegen, diese wissenschaftliche, ganz konventionelle, solide Aufarbeitung dieser Fragen, die sich an diesem Phänomen anknüpfen, auch anzugehen. Ja, mein Name ist Michael Werner. Also ich habe diesen Lichtnahrungsprozess gemacht im Januar 2001. Und seitdem habe ich nichts mehr gegessen. Naja, ich bin Naturwissenschaftler und da muss man sich natürlich fragen, wie kann das sein? Wie kannst du das vor Kollegen oder in der Szene vertreten? Oder machst du dich da irgendwie zum Hampelmann oder so? Und dann will man es auch ein bisschen seriös machen. Das kommt ja aus einer New-Age-Ecke, die ich auch nicht ganz durchschaue und die schon heikle Seiten auch hat. Da wird vielleicht ein hartnäckiger Materialist sagen, adieu, das war's. Aber ich kann es nicht ändern. Ja, der Kontakt war überraschend und abrupt eigentlich. Das war vor sechs Jahren, da hat mein Sohn geheiratet und da kam eine alte Bekannte unserer Familie zu Besuch und die aß nichts mehr. Und war dann ein paar Tage bei uns zu Besuch und dann haben wir sie gefragt, was los ist. Und dann hat sie gesagt, nein, sie hat ihre Ernährung umgestellt auf die Lichtnahrung. Und dann war ich völlig betroffen auch davon. Und dann hat sie erzählt von einem Buch, von der Jasmo Heen. Da habe ich mir das durchgelesen. Das hat mich dann nicht sehr fasziniert. Aber es kam dann so, dass ich nach einem halben Jahr dann doch mich entschlossen habe, mich dem zuzuwenden. Und dann habe ich diesen 21-Tage-Prozess gemacht und seitdem lebe ich so. So wie das in dem Buch steht, klang das für mich ein bisschen heikel. Ich habe auch nicht erlebt, dass irgendwelche himmlischen Bruderschaften an mir gearbeitet haben. Zumindest nicht direkt. Aber ich hatte in der Nacht vom dritten auf den vierten Tag schon eine Veränderung erfahren. Und zwar in dem Sinne, dass ich am vierten Tag, als ich aufwachte, eigentlich doch erlebte, dass ich nicht mehr fasste. Das war einfach evident. Das war einfach da. Das war wie wenn man gegessen hat und weiß, jetzt bin ich satt. Also ich war nicht ganz hundertprozentig euphorisch, aber ich habe verstanden, dass er das machen wird. Weil er ein Sucher ist und weil er sich für Dinge interessiert, die so an die Grenzen gehen mit sich und mit allen Dingen. Und wie sehen dann Ihre gemeinsamen Essen aus? Ja, die sehen so aus, dass ich diese Dinge, die man normalerweise so verzehrt, esse und dass mein Mann dazusitzt und etwas trinkt. Das ist ja eine soziale Komponente. Man trifft sich zum Essen, man erzählt, man trinkt was zusammen und er macht alles mit außer Essen. Und wie hat er früher gegessen, was für Essen war er? Oh, ein Vielesser, ein totaler Genussesser. Es geht mir einfach gut, seit ich nichts mehr esse. Also das bekommt mir gut, ja, und ich merke das auch. Und das ist, das hat den Preis, dass ich halt nichts mehr esse. Also ich fühle mich gesund, ich bin fit und ich denke schon, dass ich leistungsfähiger bin als früher. Also von der Kraft her und von der Ausdauer. Ich erlebe, je mehr ich meinen Körper belaste, umso mehr Kraft habe ich. Meine Haare wachsen, ja, mein Bart wächst, meine Fingernägel wachsen. Wo kommt das her? Normalerweise denkt man sich, ja, mit der Ernährung nehme ich also Stoffe rein, verdau die in Legosteinchen und setze die neu zusammen und dann ist mein Körper halt glücklich und zufrieden. Das ist sicherlich auch ein Stück weit richtig. Die Frage ist nur, ob es nicht auch anders geht. Mein Name ist Thomas Stöckli und mein Verhältnis zu Michael Werner ist, ich bin ein Critical Friend. Das heißt, ich begleite seine seltsame Lebensweise, sage ich mal, immer noch kritisch, aber hochinteressiert. Ich finde das total spannend. Ein Wissenschaftler müsste ja, wenn er sowas hört wie die Lichtnahrungsgeschichte, sofort alle stehen und liegen lassen und forschen und sagen, was ist da los, wie gibt es das? Das war dann eigentlich mein Anliegen, mit Michael Werner zusammen das auch wissenschaftlich nachzuweisen. Und uns war klar von vornherein, wenn wir jetzt mit Lichtnahrung und Nahrungslosigkeit ankommen, das wird schwierig, das genehmigt zu bekommen. Das hat mich aber dann schon erstaunt, wie groß eigentlich, ich nenne das ein Abwehrmechanismus, eigentlich vorhanden ist. Das wurde dann der Ethikkommission vorgelegt. Und bis es dann sozusagen so weit war, dass wir das machen konnten, sind zwei Jahre vergangen. Dieser Versuch fand statt vor anderthalb Jahren. Es waren zehn Tage kontrollierte Bedingungen. Absolut klar, dass nichts gegessen werden konnte in einem Raum auf einer Intensivstation, den ich nicht verlassen konnte. Das Fenster war vernagelt und es war eigentlich nicht so kompliziert, das Ganze auszuwerten. Und mir wurde auch damals gesagt, naja, wir veröffentlichen das innerhalb von drei, vier Monaten. Es war auch eine Bedingung von mir, dass das Ergebnis veröffentlicht wird, egal wie es rauskommt. Und Tatsache ist, dass heute, hier und jetzt, nach anderthalb Jahren, die Ergebnisse immer noch nicht veröffentlicht sind. Das Ergebnis der Studie war für mich etwas erstaunlich, fast kann man sagen enttäuschend. Ich habe nämlich in diesen zehn Tagen etwas Gewicht verloren. Also er hat ein bisschen abgenommen in dieser Zeit. Das bleibt immer noch sensationell, das Ergebnis, ja, denn mit dem, er hat minimal abgenommen. Aber man könnte dann doch, nachdem es auch einen gewissen Anstieg der Ketokörper gab, dann wieder auch einen Fasteneffekt schließen. Warum das so war, kann ich nur vermuten. Aber es war von den Rahmenbedingungen schwierig, weil ich zehn Tage an der Klimaanlage des Krankenhauses hing und das war nicht so witzig. Das habe ich direkt gemerkt. Ich denke mal, das würde man in einem zweiten Versuch, der geplant ist, vermeiden. Zwei Jahre nach unserem ersten Treffen besuche ich Dr. Werner wieder, in seinem Urlaubsort am Neuenburger See. Es gibt aber nur bedingt Neuigkeiten. Er lebt noch immer ohne zu essen. Die Studie in Bern ist noch immer unveröffentlicht, aber er hat einen neuen Versuch an der Universität Prag unternommen. Die Studie in Prag entstand dadurch, dass die Berner Studie nicht veröffentlicht wurde bis dato und dass man sich sagte, naja, jetzt machen wir einfach mal weiter oder fangen wieder von vorne an. Und es war abgesprochen vorher, dass was auch immer da dokumentiert wird, soll veröffentlicht werden. Und dann, als dieser Versuch zu Ende war und die Ergebnisse vorlagen, da wurde von der Seite der Studienleitung dann gesagt, nein, also es wird nicht veröffentlicht. Ohne Begründung. Die Wissenschaft reagiert so ein bisschen so nach dem Motto, also entweder der spinnt, dann haben wir ein Problem oder der hat recht, dann haben wir auch ein Problem. Also lassen wir es sein. Nach mehrmaliger Anfrage verweigert der Studienleiter in Prag übrigens die Stellungnahme vor der Kamera, genauso wie der leitende Arzt in Bern. Im Endeffekt ist da natürlich eine Bedrohung da für das wissenschaftliche Weltbild der Schulmedizin. Die Universitätsmedizin, die ist nicht in diesem Sinne naturwissenschaftlich, wie Sie sich das vielleicht vorstellen von einem Physiker oder Chemiker. Wenn so ein Physiker sagt, Schwäne sind weiß, dann ist es eine Hypothese. Und dann, wenn Sie 100.000 weiße Schwäne gefunden haben, ist das immer noch eine Hypothese. Wenn die den ersten schwarzen Schwan finden, dann gehen die dem nach, ob der gefärbt ist. Und wenn der echt ist, dann fällt die Hypothese mit diesem einen schwarzen Schwan. Da haben Sie schon recht, nicht? Wenn so etwas prinzipiell möglich wäre, egal ob es bei einem oder bei 100.000, dann würde das natürlich einiges auf den Kopf stellen und müsste natürlich auch die Naturwissenschaft dazu veranlassen, ihre Denkungsweise zu überprüfen. Ungeachtet der Diskussionen im Fall Werner dürfte es in Indien bereits seit 2003 eine Studie geben, die das Phänomen Lichtnahrung auf verblüffende Weise zu bestätigen scheint. Durchgeführt an einem Yogi, der angibt, seit Jahrzehnten weder zu essen noch zu trinken. Aber was steckt hinter diesen unglaublichen Berichten im Internet? Natürlich möchte ich diesen mysteriösen Yogi treffen. Und ich bekomme die seltene Gelegenheit, ihn in seinem Geburtsort zu filmen. Mataji Praladyani lebt normalerweise in einer Höhle in den Bergen, aber einmal im Jahr kommt er zu seiner Familie, um das heilige Navaratri-Fest zu feiern. Hier wird der Yogi als Heiliger verehrt, denn seit einer göttlichen Erscheinung im Alter von sieben Jahren soll er keinen Bissen essen und keinen Schluck Wasser mehr zu sich genommen haben. Mal hab ich den Bergen auf eine Sätegebung der Sätegebung. Ich bin in der Sätegebung von Meerkammer, mein Karten, der Schaukel ist zu Trucke und Drittern. In den Karten, das habe ich in der Sätegebung von 20 Jahren gedreht. Ich bin in der Sätegebung von Weil ich bin zusammengekehrt. 60 Jahre ohne Wasser und ohne Essen und ohne Energie, das glaube ich schlicht und einfach nicht. Das ist denkunmöglich. Ich habe es mir abgewöhnt zu sagen, das gibt es nicht, sondern ich sage eigentlich nur mehr, ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt in Indien eine richtige Tradition diesbezüglich von Menschen, die ohne Nahrung leben. Das, was auffallend ist und was sich wie ein roter Faden durch alle diese Geschichten zieht, das sind Behauptungen von Einzelpersonen. Und das gibt keinen einzigen objektiven Nachweis. Natürlich, wenn in so vielen Traditionen solche Berichte existieren, warum sollten die alle gelogen sein? Das ist ja völlig unrealistisch. Ja, ja, gut, dann wäre es ja interessant, dass man dann sozusagen, weil sie vier, fünf, sechs Leute zusammenfindet, die eben vertrauenswürdig sind und die könnten ihn dann beobachten. Ich bin Dr. Sudhir Shah. I am Director of Neurosciences at Sterling Hospital, a city-based corporate hospital of a very high stature. One doctor telephoned me that he is aware of a person, that is Pralajjani, who is not eating, not drinking anything for nearly 64 years. I mean, I was very skeptic to what all he said, and I laughed it out. I said, I think it's unbelievable. Doctor, I mean, are you talking, have you got any evidence for that? I said, you know, Roksha, I'm just telling that these people have brought him to me, and I know this Madhadi for some time, and if you would like to study, I can ask him to see you. One day, he came to my office and said that, yeah, okay, I'll allow you to investigate, but nothing invasive should be done in my body. I said, I said, you will have to be in the hospital under continuous video monitoring, and if you are true, I will put your good remarks to the world. If you are wrong, I will have to literally undress you in the sense, this is cheating. If you are prepared, then come. So, Dr. Sudi Shah approached me regarding this Madhadi, and for the medical science, this is not possible. I was so hopeless to begin with, that I thought that it would not continue for more than 24 hours, the project of Tullah Jani or Madhadi, to prove that he is not taking anything. He is not taking food, not taking water, nor passing urine, nor passing stool. This had to be proved only physically. You have to keep a watch on him, and it could be proved. So, it was constantly observation under my supervision. All the security personnel were from the hospital side, and it was a camera observation. I started my mind that he is cheating, and this is not going to continue. So, from day one only, I took all possible measures to see that he is not left alone for a moment. We went on changing the security, we went on changing the camera man, so that they cannot make any problem. We went on putting two cassettes simultaneously, so that even while changing the cassettes, he may not pass urine. At the end of the project, our conclusion was, Mr. Pralaj Jani did not take anything orally, neither fluid, nor water, nor food. During these ten days of our project. Number two, Mr. Pralaj Jani did not pass urine or stool during these ten days, although we could see formation of urine in his bladder, which was reabsorbed from the bladder. I was doing his sonography twice a day for seven days, morning, evening, morning, evening, and there was ups and downs. One time it is a 400 ml, then 200 ml, 300 ml urine, but at the end of the study, gradually, there was no urine in his urinary bladder. He was claiming that he is absorbing the urine in his body, which was difficult to explain as far as the science is concerned. We did have a protocol, which included complete blood count, ESR, renal function test, endocrinal test, liver function test, and all x-rays, including whole body CT scan. The surprising part was, all his organs were normal, morphologically. His test was clear, kidneys, liver, spleen, everything was normal. Everything was normal, and there was no even changes because of the edge. I mean, all possible things that could be done non-invasively in this Hi-Fi corporate hospital, with the help of so much involved consultants, who are all, most of us are trained abroad also, and we were just scratching our head as to, as to this, the greatest surprise that we saw in our lifetime so far. Es ist für mich faszinierend und wirklich vollkommen unverständlich. Es ist jenseits meiner Vorstellungskraft, und ich habe das jetzt gerade das erste Mal gesehen, und es hat ja, also, wenn Sie mir das so erzählt hätten, hätte ich gesagt, ich glaube es nicht. Er hat über zehn Tage weder uriniert, noch hat er Stuhl unter sich gelassen, noch hat er irgendetwas getrunken, noch irgendetwas gegessen, und es gibt die Laborbefunde von ihm, man würde sich erwarten, dass die herrnpflichtigen Substanzen haushoch sind. Das ist eine absolute Bombe. Das ist eine absolute Überraschung. Das ist eine Artikel. Das war es so, dass wir uns leben. Aber in der Zeit, in der Pune, das war es automatisch. Das war es so. Wenn man sich die Möglichkeit hat, dann wird es 10 Stunden dauern. Das war es so. Das war es so. Das war es so, in der Mableswara. Er ist um 78 Jahre alt. Das ist die Kraft. Das ist die Kraft. Das ist eine BOMB! Die ganze Science muss sich recheckt werden. Wenn etwas ist, was das etwas ist, wir haben zu finden. Es ist eine 100% Wahrheit in das. Und wenn es die Wahrheit ist, dann ist es für die Wissenschaftler zu jetzt answeren diese Frage. Wenn Phänomene hier eine Rolle spielen, die der Naturwissenschaft so nicht zugänglich sind, die Naturwissenschaft hält das für undenkbar und unmöglich. Das heißt noch nicht, dass in den anderen Denkramen das nicht doch möglich ist. Und es ist nicht nur ein Fall, wie ich schon erwähnt habe, es gibt noch viele Fälle. Es muss jetzt die Gedanken der westerne Wissenschaftler öffnen. Warum kenne ich sie westerne Wissenschaftler? Weil die orientale Menschen individuell und kulturell sind wissen, dass die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, die Wahrheit ist. die Wahrheit ist, und die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, was an Ayurvedic physician, In seiner weltberühmten Autobiografie eines Yogi hat Paramahansa Yogananda erstmals für die westliche Leserschaft eine indische Yogini beschrieben, die bereits im Alter von zwölf Jahren eine Technik erlernt hat, um gänzlich ohne Essen und Trinken leben zu können. Giribala. Yogananda verweist auch auf die Sutren des Pantanjali, die Bibel der Yogis, in der schon vor Jahrtausenden eine Technik beschrieben worden ist, die es ermöglicht, nur von Luft und Sonnenlicht zu leben. mit dem Power of the Sun. So, es ist eine sehr einfache Sprache. Sun ist die Original-Source der Energie, was wir essen. Der Körper hat eine Mechanism, um zu bekommen, die Sun-Energie zu bekommen, um es in eine andere Form der Energie zu bekommen. Und das ist was passiert, wenn man die Sun-Energie anschaut. Und das ist, Im Mai 2008 habe ich Hira Ratanmanek nach Wien eingeladen. In Indien hat er bereits ein 411-tägiges Wasserfasten unter ärztlicher Aufsicht absolviert. Jetzt will ich ihn mit Professor Luger von der Wiener Uniklinik bekannt machen. Das ist meine Frage für Sie. Was wäre Ihre Explanation, dass such a simple und ubiquitous, available thing is not used more by the human beings? Sun gazing ist nicht ein Prozess, sondern ein Prozess zu machen, weniger zu essen oder weniger zu essen. Es ist ein Prozess, durch die man mental und physische und spirituelle. Und wenn man so desigert ist, als ein by-produkt ist, man kann weniger essen oder sogar ohne Essen für viele, viele Monate und Jahre. Das ist das, was ich wollte sagen, nur sagen, dass die Sonne fallen und du kriegst, das ist nicht korrekt. Es muss in deinem Körper sein, in eine Systematik-Scientific-Way. Es gibt Protokolle, und wenn du das folgst, dann wirst du den Vorteil. Ich gehöre zu einer Religion, der Jain-Religion, wo das Fasten eine der Traditionen ist und Jainismus immer advogiert, dass man weniger und weniger und weniger essen sollte. Amitabhati im Nordwesten Indiens ist die Stadt mit der höchsten Dichte an Jains weltweit. Hier will ich mehr über die Religion herausfinden, deren Ziel es ist, so wenig wie möglich zu essen. Und deren Prinzip der Bedürfnislosigkeit so weit geht, dass die Mönche, die Jain-Sadhus, sogar auf Kleidung verzichten. Die Jain-Sadhus sind jetzt sehr wenige, und sie sind fast in den Jungen, nicht in der Stadt. Sie können es kaum finden, in den Stadt. Die Jain-Sadhus sind nicht in der Stadt. Sie sind immer mit dem Weg. Sie haben keine Haus, keine Welt. Sie haben keinen Rupi mit einem nur Geld, keinen Rupi. Sie können es für Glück sein. In Jain, sie sagen, Sie können sich nicht eerstieren. Sie können nicht eerst gehen, Sie sozusagen Niemend fournzulteren. Sie können in fast zu essen. So, im Fasten in Fasten, die Haupte der Hauptein ist, die Hauptein ist für das ist, wenn Sie nicht mehr zu essen, dann die Fallen. Prinzipien will keep alive. Normally in Davad, mass kamad, we can say, that is up to one month is a very easy fasting. Everybody can fast. Even a small boy of four years, three years, two years, they are fasting. In a strict manner, our jain religion manner, not taking any food. So many person are not taking even water. Without water, they can resist to six months. If your wind power is strong, not necessary for any energy. Das sind uralte Traditionen, die haben gute Erfahrungen gemacht. In Religionen finden wir das sehr durchgängig. Mohammed hat gesagt, Beten führt auf halbem Weg zum Himmel, Fasten führt den ganzen Weg an die Schwelle des Himmels. Und das hat eine lange Tradition, dieses Leben ohne physische Nahrung. Und dann gibt es ja auch natürlich in unserer Tradition diese Berichte darüber. Ja, also die Therese Neumann von Connorsreuth, die hat ja offensichtlich in der Nazi-Zeit immer nur eine Oplade gegessen am Tag. Und die Nazis hatten ja nur kein großes Interesse an einer katholischen Heiligen. Also man hat das kontrolliert. Also das ist ja ein Fall, der ist so halbwegs dokumentiert. Sie hat also nahrungslos gelebt von 1926 bis zu ihrem Tod, 1962. Die Wissenschaft hat sich auch mit der Nahrungslosigkeit beschäftigt, soweit das möglich war. Da ist das Erste natürlich diese medizinische Untersuchung und Kontrolle. 1927 im Juli, über die zwei Wochen. Man hat dann abgebrochen, weil nach ärztlichem Urteil Therese Neumann schon tagelang tot sein hätte müssen. Also sie hat keinen Hunger gehabt, sie hat auch nicht essen können. Auch wenn sie gewollt hätte, hätte sie nicht essen können. Sie hat einfach keine Nahrung runtergebracht. Für mich war es ein Wunder, ist es ein Wunder. Für einen Gottlosen wird Connorsreuth immer auch natürlich ein Streitfall sein und der wird immer sagen müssen. Das ist nicht natürlich zu erklären. Es gibt kein Naturgesetz, das das beinhaltet. Also muss es ein Schwindel sein. Unerklärliche Fastenphänomene entdeckt man bei näherer Betrachtung in der abendländischen Geschichte viele. Neben dem bekannten Nikolaus von Flühe finden sich vor allem in der christlichen Mystik des Mittelalters zahlreiche, oft in Vergessenheit geratene Fälle, wie etwa Alpai von Kudo, die nach einer schweren Krankheit durch Visionen geheilt wurde und den Annalen zufolge bis an ihr Lebensende nahrungslos lebte, so wie es bei christlichen Heiligen immer wieder beschrieben wird. Die häufigsten und ältesten schriftlichen Zeugnisse über die Kunst ohne Nahrung zu leben gibt es aber in der chinesischen Tradition von Stauwismus. Das heißt, es hat sich schon gesagt, dass es sich in den letzten Jahren auf der Welt einbringen. Wir sagen uns, dass es in den letzten Jahren 2000-jährigen Jahren dass es in den letzten Jahren schon jemanden in der Zeit zu trainieren, wie es ist. Was heißt es? In der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit, es heißt, »谷« ist ein Tier. »谷« ist ein Tier. »Bi« ist ein Tier. Wenn wir das Tier nicht essen können, dann kann man sich die Gesundheit und die Gesundheit erhalten. Das ist die Stimme der Zwischenzeit. Musik Man kann es nicht mehr essen. Es ist ein Geheimnis. Wir brauchen ein Geheimnis. Wenn man sich die Geheimnis gut fühlt, dann wird das Geheimnis enthalten. Wenn man ein Geheimnis hat, wenn man ein Geheimnis hat, wenn man ein Geheimnis hat, dann wird das Geheimnis enthalten. Wenn man ein Geheimnis hat, wie man seine Geheimnis hat, dann wird das Geheimnis ein Geheimnis hat. Wenn man ein Geheimnis hat, Es ist nicht so, dass man sie alle Dinge bereiten, Sie müssen da eine Dinge vorstellان. Sie müssen das Ausführungsstir und die Geheimnis hat. Sie müssen das Geheimnis hat und die Geheimnis unterw一下. In diesem Geheimnis hat sich für die Geheimnis. Sie müssen die Geheimnis und die Geheimnis hineinlernen. Das Geheimnis hat sich zu Abkommen und die Geheimnis sind ein Geheimnis. und nicht zu wissen, zu kürzen. Die Begrünen必須 zu entscheiden. Die Begrünen ist der Abenteil nicht zu verändern. Die Begrünen sind aufgrund der Begrünen. Die Begrünen ist in der Abenteil. Die Begrünen ist in der Abenteilung. Diese Begrünen sind in der Abenteilung. Die Begrünen sind in Abenteilung. und die Erhöhung, die Erhöhung, die Menschen, die Erhöhung, die Erhöhung haben. In der Welt der Welt, eine Sprache ist, die Erhöhung, die Erhöhung, die Erhöhung, die Erhöhung, die Erhöhung, die Erhöhung, die Erhöhung nicht mehr zu essen. Das ist ein Verhältnis, die Erhöhung zu haben. Das Qi gehört unserem Körper unsichtbar zu sein. Chinesische sagen, ich lebe nur vom Qi. Das ist die Bedeutung, wenn ich nicht esse und ich öffne meinen Körper, ich kann auch von der Natur, von der Energie leben. Jedenfalls hat Energie auch einen eigenen Weg. Diesen Weg, man nennt mal die Dia. Meridiane haben mit Nervenbahnen, mit Gefäßbahnen, mit Lymphbahnen merkwürdigerweise auch nichts zu tun. Sie sind in diesem Regelkreis nicht zuzuordnen. Es gibt eigentlich, ja man muss das fast sagen, rein nicht im morphologischen Sinne, aber im funktionellen Sinne, ein viertes System im Organismus, neben Gefäß, Nerven und Lymphbahnen, ein Akupunkturbahnsystem. Vor 35 Jahren wurden wir sehr schäl angesehen, dass wir uns als Schulmediziner dieser chinesischen, unverständlichen Methode widmen und haben unsere gerüttelten Schwierigkeiten gehabt. Weil per se mit unseren Methoden wir dieses Qi, wie wir uns das schulmedizinisch, physikalisch, physiologisch vorstellen, nicht messen können. Aber bei chinesischer Medizin, wir sagen, wir leben von Qi. Das heißt, uralte Menschen wissen, das Leben nicht unbedingt von Nahrungsmitteln, sondern wir leben von Sonne, von Licht, von Energie. Sogar kämpfen von Sonne, von Licht, von Energie. Ich heiße Ti-Ying, ich komme aus China. Seit 1993 lebe ich im Bi-Ku-Zustand. Und habe ich auch erlebt, absolute Bi-Ku. Gar nichts essen, habe auch nicht trinken brauchen. Zum Beispiel, wenn ich zu viel Energie arbeiten muss und ich habe keine Zeit für meine eigene Qi-Ku-Übung, dann brauche ich manchmal ein bisschen Obst zu essen, aber sehr wenig. Mein Bi-Ku-Zustand habe ich durch die Energieübertragung von diesem Grunde von Ti-Ying, Großmeister Le-Tien. Und er hat in einem großen Stadion diese Bi-Ku-Energie übertragen und ich habe die Energie bekommen. Seitdem lebe ich im Bi-Ku-Zustand. Natürlich, dieser Zustand nicht jeder Leute bekommen kann und gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erster Zugang möglich, lerne eine Bi-Ku-Qi-Ku-Übung, bis dieser Zustand bekommen. Zweite Möglichkeit, durch einen Qi-Ku-Meister, durch diesen Qi-Ku-Meister eine Energieübertragung. Und warum, weiß ich auch nicht, aber von unserer Erfahrung, das hatte großen Erfolg. Bi-Ku-Ma-Sei, Bi-Ku, Bi-Ku, Bi-Ku-Ma-Sei. Ich habe keinen Heißhunger mehr. Das ist ein Wunder. Ich hatte nur Appetit auf Kekse. Also ich habe ja nur Kekse gegessen. Kuchen, Brot. Nach der Energieübertragung, zum Beispiel, manche Zeiten sofort spüren, ich bin satt. Ich habe keinen Appetit. Oder wenn ich denn mal mit der Familie am Wochenende eine normale Portion, Sohn, Hunger, und wenn ich dann esse, dann ist es so viel. Wenn die Menschen noch keine Bi-Ku erlebt haben, die finden, das Essen ist das beste Genießen. Die Fähigkeit, ohne Essen zu leben, ist offensichtlich unabhängig von bestimmten Praktiken oder Traditionen. Das wird mir immer klarer und bestätigt sich auf verblüffende Weise bei meiner Reise nach Südrussland. Die Fähigkeit, ohne Essen zu leben, ist es wichtig. Baraнова Zinaida Grygurvna, die sich in der 2000-jährigen Reise nachdem, die in der 2000-jährigen Reise nachdem, in der 2000-jährigen Reise nachdem, 18 апреля этого же года. Для меня это тоже было невероятно, потому что я не имела знаний о том, что можно так будет жить без применения физической пищи и воды. Я просто оздоравливалась. Начиная с октября 1993 года, стала вегетарианкой, занималась нетрадиционными методами оздоровления. Да, я получила, как я говорю, внутреннее осознание что можно попробовать не есть. Совершенно не боялась. Я шла в полном доверии к высшему водительству, и поскольку это была не моя идея перестать есть, а рекомендация через мое осознание, как рекомендации свыше, я спокойно пошла на этот эксперимент. Уже теперь не воспринимаю пищу как удовольствие или как радость. И меня это не смущает, что люди едят, а я не ем. А что касается радости, так ешь много вокруг и другой. Приходят ко мне, просят аудиенции, просят побеседовать, и как только она заходит в комнату, говорят, что вы шарлатанка, вы обманщица. Вот. Я усаживаю в кресло и спокойно продолжаю беседовать с этим человеком, не пытаясь его переубедить. Потому что бесполезно переубеждать человека, если у него уровень сознания еще этого не понимает. Во-первых, нужно было бы им дать знание о том, что человек это не только физическое тело, что если рассматривать нашу матрешку, русскую матрешку, в которой много различных куколок, и самая маленькая там внутри матрешка, это вот есть физическое тело, а все остальное это энергетические тела. Так вот, чтобы ученые предлагали прям свои, так сказать, услуги, нет. Вот единственное, это вот Русинов, руководитель медицинского центра биоэнергетической безопасности, и который вот использует методику Кирлян. Сейчас мы проведем съемку с Зинаидой Григорьевной, мы сняли проекции пальчиков Зинаиды Барановой. Сейчас мы получим на экране общую картину биополя. Картинка представляет состояние идеальное. Значит, вот, вот совершенное поле. Это поле спортсмен, мастер спорта по биатлону. Вот поле. Это поле проблемное. Это поле тоже. Проблемные поля. Это вот воздействие компьютера на организм человека. Состояние здоровья Зинаиды Григорьевны находится в идеале. Возможно, есть еще люди на земном шаре, достигшие такого совершенства. Их порядка 30 тысяч сейчас софиксированы. Люди, которые питаются солнечной энергией, возможно, имеют такую жалобу. Вот он мне проводил мониторинг. И я, кстати, вот вам даю. Ну... 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 Effekt sehr oft verbunden wird mit irgendwelchen dubiosen Dingen. Es gibt aber inzwischen eben die Möglichkeit, diesen Kirlian-Effekt wissenschaftlich auszunützen. Wir haben damit eine Möglichkeit, das menschliche Energiefeld aufzuzeichnen. Ich glaube, dass dieses Human Energy Field vergleichbar ist mit dem, was die chinesische Medizin unter Qi, unter der Lebensenergie versteht, wo man immer mehr drauf kommt, dass die Größe dieses Feldes ein Parameter ist für den Energiezustand des Menschen. Also so ein energetisch schönes, gerundetes, gleichmäßiges Diagramm sieht man höchst, höchst selten. Also wenn die Frau wirklich nicht isst, wenn das tatsächlich stimmt, sie bringt auch nichts. Also die seit 2000 sagt, sie bringt sie auch nichts. Das glaube ich nicht. Alles, was ein Doktor oder ein Wissenschaftler sagt über ein eres Geist, wenn es um Bewegung in den und starten, zu erheben, wunderschöne Geschlechtigkeiten in dem menschlichen System zu erheben. Er ist ja zum Beispiel nicht einmal normalgewichtig, sondern er hat ja eigentlich zu seiner Körpergröße eher ein Übergewicht, weil er ist 1,75 Jahre alt und hat 4 oder 80 Kilo. Das ist natürlich schon mal extrem ungewöhnlich, dass er sich das ganze System so stabilisieren kann ohne massiven Gewichtsverlust. Also woher kommt das? Aber er hat sicher andere Phänomene, die wir eben nicht untersuchen können. Also diejenigen, die hier sicherlich mehr dazu beitragen können, die müsste man fragen, sind die Physiker. Ich kenne außer den Gesetzen der Physik keine Gesetze, die mir eine Antwort geben könnten auf solche Fragen, wie machen das die Zellen, dass sie 100.000 chemische Reaktionen zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle in der richtigen Weise auch durchführen. Die machen es eben, wie wir heute wissen, durch Bio-Photonen. Diese Bio-Photonen sind eine Lichtemission, die also zum Beispiel von der Sonne ausgestrahlt werden. Eine chemische Reaktion tritt nur dann auf, wenn sie vorher mit Licht aktiviert worden ist. Diese schwachen Strahlen in der Zelle übernehmen diese Regulationsfähigkeit. Sie sind dafür verantwortlich, dass das alles perfekt ablaufen kann ohne jeden Fehler. Auch wenn wir Nahrung aufnehmen, dann hat diese Nahrung die Bedeutung, das Sonnenlicht, was sie vorher gespeichert hat, auf den Verbraucher zu übertragen, sodass er sich optimal organisieren kann. Also die Organisationsfähigkeit des Verbrauchers kommt nicht durch die Moleküle zustande, die er zu sich nimmt, sondern durch das Licht, das er aus den Nahrungsmitteln regelrecht aufsaugt. Nehmen wir das Beispiel Zucker. Zucker besteht aus Kohlendioxid und Wasser. Kohlendioxid wird durch die Lunge, durch die Atmung ausgeschieden, das Wasser durch die Ausscheidungsorgane. Was zurückbleibt, ist das Licht. Wir leben im Wesentlichen nicht von Stoffen, von Substanzen, von Molekülen, sondern wir leben von Informationen. Die Verbrennung ist ein reiner Energieprozess, der natürlich auch damit verbunden ist, aber der ist nicht sehr wesentlich. Wesentlich ist die Lichtspeicherung und die Lichtversorgung des Organismus, weil der Organismus ein Lichtwesen ist. Deswegen kann der Organismus auch, oder so wird wenigstens behauptet, theoretisch könnte er es auch, auf feste Nahrung verzichten und allein nur vom Licht leben. Theoretisch ist das möglich. Es ist sehr schwer für Menschen, die die Idee zu vermitteln, weil sie sagen, dass es viele Menschen, die zu sterben sind. Und sicherlich, wenn sie mit Licht essen könnten, würden sie es tun. So, es ist etwas, das ist etwas, das ist nicht ein Obvious. Es ist vielleicht 40 Jahre altes Meditation, bevor sie zu dem Zeitpunkt machen können. Aber wenn sie zu sterben sind, dann haben sie keine Chance für 40 Jahre Meditation. Es ist zu late. Warum manche Menschen anscheinend ohne Essen überleben können, während die anderen verhungern, verstehe ich noch immer nicht. Diese Frage führt mich nach Kalifornien, ans Institute of Neuatic Sciences, zum Bewusstseinsforscher Dean Radin, der mir einen Einblick in die Welt des menschlichen Bewusstseins gibt. Das Problem ist, dass sie ein Prinzip organisiert werden. Das Problem ist, dass sie ein Prinzip organisiert werden. So, wenn sie zuerst sagen, was die Unterschiede zwischen einem livingen und einem nonlivingen Menschen ist? Two Minuten bevor sie sind, die einzige Unterschiede ist, in einem Fall, dass sie eine Conscious Awareness gibt. Und wenn sie sind, dann gibt es keine Conscious Awareness mehr. Well, dann vielleicht Conscious Awareness ist etwas wie ein Prinzip organisiert. Es ist etwas, was das Energie organisiert. Und wenn man dieses organisiertes Prinzip aus dem Körper, dann fällt das Körper sehr schnell ab. Dean Radin erforscht seit über 25 Jahren im Auftrag der US-Regierung und verschiedener Forschungsinstitute Phänomene und Möglichkeiten des menschlichen Bewusstseins. Er ist der perfekte Mann, um zu fragen, inwieweit es möglich sein kann, den Körper alleine durch die Kraft des Geistes zu ernähren. Der Tradition ist weltweit. Es gibt breathierens. Es gibt Menschen, die Praxis des Begünen. Und diese Tradition, ich denke, sind, dass das, was wir wirklich brauchen, ist das, was wir wirklich brauchen, ist das, was wir eigentlich konsumieren. Das ist das, was wir eigentlich konsumieren. Das war also, was wir gleich nochmal die Nutrients als das Energie. Und das sind wir, dann, mit dem Experimenten, das wir gemacht haben, über den Schöcklitzenden experimenten. Was wir gemacht haben, ist, was wir eine Gruppe bekommen die Schöcklitzende, die nicht, quote, nicht, wie die Intention. Und der andere Gruppe, blinde, würde sie bekommen, die Schöcklitzende, war in der Bedingung von sehr lang-term Tibetan-Buddhist-Meditators. Und die Meditators sagten, dass jemand, die das Essen zu essen würde, fühlt sich eine große Energie, Energie und verbessert sich. Und am Ende haben wir die Analyse, und was wir gefunden haben, war eine Signifikation in bessere Mood in die Menschen, die Treated Chocolate zu essen, als die Non-Treated Chocolate zu essen. Und wenn man es zum Extremfall nimmt, dann kann man durch die Intention alleine extrahieren, was man von der Bedingung braucht, um seine physische Kondition zu erhalten. Bei uns gibt es ja seit Jahrzehnten, sprich, aber glaube ich, versetzte Berge. Das heißt, diese Phänomene, dass man mit der richtigen Einstellung, mit dem Bewusstsein, was man erreichen kann, ist ja nichts Neues letztendlich. Aber dass es so weit geht, ist uns nicht bekannt. Das Einzige, was wir heute wirklich wissen, was die Lebenserwartung erhöht, wirklich Anti-Aging-Effekte hat, ist wirklich karge Ernährung. Wenn man Versuchstieren, von Ratten ganz unten bis zu Primaten, also Affen, wenn man denen einfach Fast Food gibt, dann reduziert man deren Lebenserwartung um 30 Prozent. Wenn man denen aber jetzt eine karge, artgerechte Ernährung gibt, dann erhöht man die Lebenserwartung um 25 Prozent. Da hat man gesehen, wie man Tiere chronisch ein bisschen so ein Energiedefizit gibt, dass die ganz einfach älter werden. Und jetzt ist die Überlegung, das auch den Menschen umzusetzen. Und da gibt es die ersten Untersuchungen und Studien. Nur aus der Praxis weiß ich, dass es für uns, oder für den Durchschnitt Österreicher, sehr, sehr schwierig ist, in ein chronisches Energiedefizit hineinzukommen. Meine Botschaft wäre jetzt nicht, Leute, alle essen zu viel, ihr müsst viel weniger essen, ihr müsst nur noch gesund essen, sondern bewusst essen. Aber vor allem bewusst sein, es geht überhaupt nichts ums Essen letztlich. Es gibt andere Energien. Wenn der Mensch sich dafür öffnet, sind unglaubliche Dinge möglich, die die Wissenschaft noch nicht erklären kann. Zum Beispiel, dass jemand nicht essen muss. Da gibt es eine ganze Reihe Hinweise. Und in der Physik ist das ja schon viel weiter. Da ist der Paradigmenwechsel passiert. Laatmenwechsel passiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Classical physics is the everyday view of the world with things moving around exerting forces on each other and that doesn't explain the behavior of atoms and so on very well. So eventually what we call the quantum theory was devised and quantum mechanics seems to get into problems unless you take mind or consciousness into account. I suspect that Eastern philosophy is broadly speaking on the right grounds and their mind is more fundamental. Science is now agreeing that without consciousness as a causal agency of the world we cannot understand, we cannot make sense of quantum physics. We are shocked to find that what the ancient mystics used to say consciousness is the ground of being, is the correct view of the world not the one that science has proposed for the last and accepted for the last 400 years. Until 20 years ago, most scientists simply ignored consciousness. It wasn't part of science, but of course it exists. So, quantum theory gives us a very different view from the old 19th century materialist view. Consciousness is a field of possibilities and I think the realm of consciousness is the realm of possibility. and our minds are systems of fields. I don't think they're confined to the insides of our heads. I think our minds extend out far beyond our heads. What is it called consciousness? What is it called consciousness? What is it called consciousness? That that we call it consciousness has the energy and the potential that we call it matter what we call it or body to try and protect it and so much to defend it. It actually is the one that is now enabling it to become all sudden, Gemeinwissen zu werden, weil es gibt da manche Versuche, auch naturwissenschaftliche, die eindeutig zeigen, dass wir die Materie geistig beeinflussen, wie man eben in diesen PR-Versuchen Princeton University gezeigt hat. Da hat man so ein System gemacht, zum Beispiel mit vielen Kügelchen, die mussten dann über ein System so herunterfallen, dass es unbeeinflusst eine sogenannte gaussische Normalverteilung gibt. Und die Leute hatten die Aufgabe, Leute von der Straße, also keinen besonders Begabten, das in dem Sinne zu beeinflussen, dass das von der normalen Verteilung abweicht. Also zu viele links oder zu viele rechts dann wären. Und man hat gesehen, das funktioniert. Was ist spannend hier ist, dass wir in ein Laborator, ein Physikal-Science-Laborator, und generieren Effekte, die mit dem Spirits, der der spirit, der der soul, der will, und EFFECT, BALLs, kommen in eine Cascade, und EFFECT, BITs, kommen aus einer kleinen Mikro-Elektronischen Box. All of the results that we claim effects on are the result of many tens of thousands or even millions of repeated trials. And we're seeing again and again and again this shift in the direction of intention. It's clearly a real effect. We have no doubt of that. But what comes out of this, and I think this is the excitement, is that the mind is much more powerful than that. The mind is not only observing, the mind is creating. The mind is capable of producing effects. And that's mind blowing. Excuse me. As soon as we abandon the idea that the mind is confined to the inside of the head, if we accept that the mind depends on fields which extend far beyond the head, then there's no problem in accepting these phenomena. They fit into an enlarged view of the mind. They're just the kind of thing we would expect if the mind extends beyond the brain. The instant the possibility arises that mind might be non-local, that it's not just in there but it spreads out a little bit, well how far does it go? And the answer is it goes everywhere. It's connected to the entire universe. And we really should begin to think in terms of a connection to everything. We live in a distributed mind. It's most like, it's like a little bit like looking out over an ocean where there are waves popping up. Each peak on those waves that pop up is like an individual. It feels separate but at a deeper level there's actually connectivity with all the rest of it. That is an extremely important message of the new science. New science is telling us that we are one, literally, underneath our separateness. Now it says that it's stupid to be violent and it is stupid not to love because we are connected. We are part of the world, we're not merely passive observers. We create the world, each of us to a very tiny degree, but collectively to a significant extent. The world is a construction of human consciousness. We have to hypothesize alternative forms, alternative sources of energy. And that is the real thing which I am looking at. I am not looking at this one case. I am looking at the force behind that. And that is really going to change the future of mankind. And I am pretty sure. Take it from me. Take care. Take care. Take care. Take care. Take care. Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020